Halbzeit stand 1 zu 0 für Freiräu. Wenn man dann aufkommt. Ja, da kommen wir. Und ja, 1 zu 0 und ruht sich auf Boden. Ja, ich habe da einen Fan. Was sagst du zum Spiel? Ja, super bis jetzt. Also, ich kann es nicht sagen. Erste Halbzeit war super. Und jetzt in der 2. Halbzeit einfach nur schießen. Denk ich mir. Einfach nur schießen. Und dann ist das Ding auch drin. Kommt ein blödes Ding rein und dann passt das. Wenn du 2.0 vielleicht 3.0, 3.1 oder sowas. Ja, ich hatte ja 6.1 getippt. Das ist ein bisschen hoch. Aber ich sage mal, wenn wir 3.4.0 gewinnen, das passt. Ehrlich. Die Hofer können gerne auch da machen. Da habe ich auch nichts dagegen. Aber wir müssen halt 3.0 mitnehmen. Ja. So, ja. Dann schauen wir mal. 2. Halbzeit. Ciao, ciao, Baba.